Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Schleif- und Polierzeit um bis zu 80% reduzieren. Suchen Sie nach einer effizienten und langlebigen Lösung für das Schleifen und Polieren von Rundrohren aus Edelstahl, Stahl, Aluminium oder sogar Carbon? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Unsere innovative Schleifvorrichtung ist speziell für Rundrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 160 mm konzipiert und passt an alle gängigen Bandschleifgeräte. Warum unsere Schleifvorrichtung? Robuste Konstruktion, hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, garantiert Langlebigkeit und gleichbleibend hochwertige Ergebnisse, selbst bei intensiver Nutzung. Einstellbare Höhe und Tiefe. Passen Sie die Vorrichtung ganz einfach an Ihre Bedürfnisse an, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Individuell einstellbare Vorschubgeschwindigkeit. Mit einem praktischen Druckhebel für den Vorschub des Materials können Sie die Geschwindigkeit ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Kugelgelagerte Führung. Genießen Sie eine reibungslose und präzise Handhabung dank der kugelgelagerten Führung und der rostfreien Kugellager aus Edelstahl. Einfache Montage. Die Vorrichtung lässt sich schnell und unkompliziert mit nur vier Schrauben an Ihrem Bandschleifer montieren. Profitieren Sie von bis zu 80% Zeitersparnis beim Schleifen und Polieren. Warum also Zeit verschwenden? Rüsten Sie Ihre Werkstatt auf und maximieren Sie jetzt Ihre Effizienz. Perfektes Schleifen und Polieren war noch nie so schnell und einfach. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen.